Herzlich willkommen bei täglich Bitcoin und Krypto. In dieser Ausgabe beschäftigen wir uns mit der neuesten Abstimmung des Europäischen Parlaments, welches soeben über die Zukunft von Bitcoin und Kryptowährungen entschieden hat. Neue Regulierungen könnten enorme Auswirkungen für Halter von Bitcoin haben. Was es damit auf sich hat und was jetzt zu tun ist, zeigen wir euch in diesem Video. Auch heute möchten wir dich um einen Algorithmus-Kommentar bitten. Beantworte dazu folgende Frage. Was denkt ihr über einen digitalen Euro? Der Kryptomarkt wurde schon öfter von Schockmeldungen erschüttert, welche vorhergesagt haben, dass Kryptowährungen und Blockchain-Technologie als ein Ganzes verboten werden. Während eine klare Regulierung von digitalen Anlagewerten weiterhin aussteht, scheinen Stimmen, die wahrlich nach einem Verbot von Kryptowährungen verlangen, zunehmend weniger zu werden. Nachdem der dezentrale Finanzmarkt anfangs noch scharf von Vertretern des klassischen Finanz- und Bankensystems kritisiert worden waren, ist die Involvierung von institutionellen Investoren und Großanlegern zunehmend gewachsen. Hierfür verantwortlich sind sicherlich die schier endlosen Möglichkeiten, enorme Profite auf dem Kryptomarkt erwirtschaften zu können. Obwohl mit klassischen Anlagemitteln selbstverständlich auch erfreuliche Jahresrenditen erzielt werden können, sind die Erträge bei weitem nicht mit denen des Kryptomarkts zu vergleichen. Das alleinige Halten einer Kryptowährung über eine gewisse Zeit hinweg kann Anlegern hierbei Gewinne von bis zu mehreren 10.000% einspielen. Neben dem alleinigen Handel, also dem Kaufen und Verkaufen, bietet die Kryptosphäre bekannterweise auch eine Vielzahl weiterer Verdienstmöglichkeiten. Hierbei gibt es einige Optionen, mithilfe seiner Kryptobestände zusätzliches passives Einkommen zu verdienen. Und gerade aufgrund all dieser Chancen, die die Kryptosphäre mittlerweile bietet, und aufgrund der stetig steigenden Nachfrage, sollte man sich aktuell keine Sorgen mehr darum machen, tatsächlich ein Komplettverbot von Kryptowährung und Blockchain-Technologie zu erleben. Woher kommt nun das jüngste Gerücht, dass Bitcoin verboten wird? Finden wir es heraus. Bevor es weitergeht, haben wir einen wichtigen Hinweis für diejenigen unter euch, die Kryptowährungen wirklich verstehen und damit große Gewinne erzielen möchten. Wie wäre es, wenn du dir all das Wissen, wofür andere Jahre brauchen, in nur vier Wochen aneignen könntest? Das klingt verrückt, ist aber möglich. Genau das war unser Ziel bei der Erstellung eines brandneuen und so noch nie dagewesenen Kurses in der täglich Bitcoin- und Kryptoakademie. Dieser neue Kurs trägt den Titel In vier Wochen zum Kryptoexperten. Und der Name ist Programm. Nach diesen vier Wochen wirst du mehr über Kryptowährungen wissen, als Menschen, die bereits seit Jahren dabei sind. Warum? Wir haben das wichtigste Wissen rund um die Themen Bitcoin, Blockchain, Trading, Analyse, DeFi, Steuer und vieles mehr in diesen vier Wochen komprimiert. Alle, die diese Chance nutzen wollen, die Zukunft mitzugestalten, profitieren bis zum 21.03.2022 von unserem Frühbucher-Rabatt. Mit dem Code Frühbucher kannst du dir deinen Platz für einmalig 299 Euro sichern. Nach dem 21.03.2022 erhöht sich die Teilnahmegebühr für den Kurs in vier Wochen zum Kryptoexperten auf 399 Euro. Den Link zur Aktion findest du unter diesem Video. Wir freuen uns auf dich. Die letzten Tage kursierte die Meldung, dass die Europäische Union vorhabe, Bitcoin de facto zu verbieten. Passieren hätte dies durch ein Verbot von umweltschädlichen Kryptowährungen, die auf dem Proof-of-Work-Konsensmechanismus aufbauen. Zur Erinnerung werden bei Proof-of-Work oder verkürzt POW leistungsstarke Computer zur Berechnung von hochkomplexen mathematischen Formeln genutzt. Kommen mehrere Miner auf dasselbe Ergebnis, gilt eine Transaktion als bestätigt und validiert. Das Europäische Parlament stimmte jedenfalls Anfang dieser Woche für eine Version des Gesetzes über Märkte für Kryptoassets, auch MICA oder Markets in Kryptoassets genannt, ab. Im Gegensatz zu Vorversionen des Gesetzesentwurfs wurde in der tatsächlichen Form, über welche abgestimmt wurde, jedoch der kritische Teil über das Proof-of-Work-Verbot ausgelassen. Der besagte Gesetzesentwurf geht nun in die nächste Runde der Verhandlungen mit der Europäischen Kommission, dem Rat der Europäischen Union und dem Europäischen Parlament. Die MICA-Gesetzgebung, die erstmals im Jahr 2020 aufkam, soll bis 2025 einen Rechtsrahmen für digitale Vermögenswerte in den EU-Mitgliedsstaaten schaffen. Während der ursprüngliche Entwurf, wie bereits erwähnt, eine ausdrückliche Formulierung enthielt, die Bitcoin und andere Proof-of-Work-basierte digitale Währung aufgrund von Bedenken hinsichtlich des Energieverbrauchs verboten hätte, wurde diese Bestimmung nach einem Aufschrei der Kryptoindustrie gestrichen. Wer sich in diesem Zusammenhang an den Bitcoin-Mining-Report von CoinShares zurückerinnert, über welchen wir ebenfalls berichtet hatten, weiß, dass neueste Daten zufolge das gesamte Bitcoin-Mining lediglich zu 0,08% zum globalen CO2-Ausstoß beiträgt. Das Argument, Bitcoin-Mining oder Proof-of-Work-Blockchains als ein Ganzes aufgrund von Umweltbedenken verbieten zu wollen, ist also mehr als fehlgeleitet. Wenn auch der Grundgedanke dahinter seine Berechtigung besitzt. Ein wichtiger Aspekt dieses potenziellen Verbots ist die Tatsache, dass ein Verbot des Proof-of-Work-Konsens-Mechanismus sich nicht nur schwerwiegend auf Bitcoin ausgewirkt hätte. Die Ethereum-Blockchain plant hierbei bereits länger auf den energieeffizienteren Proof-of-Stake-Mechanismus umzusteigen, hat dieses Vorhaben jedoch bereits mehrmals verschoben. Momentan nutzt also auch das Netzwerk des größten Altcoins der Kryptosphäre, auf dem verschiedenste Teilbereiche wie der dezentrale Finanzmarkt, der NFT-Handel und vieles mehr aufbauen, den umstrittenen Proof-of-Work-Mechanismus. Erneut scheint es also, als würden die Befürworter eines tatsächlichen Verbots dieser Technik weniger ihrer eigenen Meinung, also eher der von Vertretern des traditionellen Finanz- und Bankensektors folgen. Der deutsche Europa-Abgeordnete Stefan Berger twitterte hierzu, Angesicht der wichtigen Nachhaltigkeitsdebatte schlage ich vor, Kryptoassets wie alle anderen Finanzprodukte in den Bereich der Taxonomie aufzunehmen. Eine eigenständige Diskussion des Proof-of-Work ist innerhalb der MICA-Gesetzgebung nicht mehr vorgesehen. Zitat Ende. Während der Anti-Proof-of-Work-Entwurf in einer 30 zu 23 Abstimmung abgelehnt wurde, stimmte eine Mehrheit dafür, dass die Kommission bis Januar 2025 einen alternativen Legislativvorschlag vorlegen soll, welcher darauf abzielt, alle Crypto-Asset-Mining-Aktivitäten, die wesentlich zur Abschwächung des Klimawandels und zur Anpassung an diesen beitragen, in die EU-Taxonomie für nachhaltige Finanzen aufzunehmen. Wo man also im Vorfeld von verschiedensten Seiten gehört hat, die EU plane ein Komplettverbot Bitcoins, handelt es sich hierbei um eine vollkommene Falschmeldung. Bitcoin und Kryptohalter sollten also beruhigt sein und wie immer auf keinen Fall in Panik verfallen und Abverkäufe tätigen. Wie bereits seit dem jüngsten Beschluss des US-Präsidenten Joe Biden ersichtlich wurde, scheint die Politik langsam aber doch begriffen zu haben, dass es bei weitem rentabler ist, sich für eine gesunde reglementierte Entwicklung der Kryptosphäre einzusetzen, statt zu versuchen, eine Multi-Billionen-US-Dollar-Branche im Keim zu ersticken. Während Kryptowährungen in ihrer Anfangszeit eher eine Randerscheinung wie auch ein Nischenmarkt waren, haben sie sich insbesondere in den letzten Jahren zu dem entwickelt, was sie heute sind. Wo man als Anleger früher eine gewisse Menge an Fachwissen vorweisen musste, um auf dezentralen Finanzmärkten aktiv zu werden, wurde durch die Einführung diverser zentralisierter Kryptobörsen wie Binance, Coinbase, FTX und viele mehr auch der Zugang zum Handel mit Kryptowährungen fortschreitend einfacher. Mittlerweile kann man argumentieren, dass es sogar einfacher geworden ist, innerhalb kürzester Zeit mit Kryptowährungen zu handeln als mit so manch klassischen Anlageprodukten. Obwohl sich hierbei ebenfalls zunehmend Online-Broker und Gratisservices wie Robinhood etabliert haben, mit denen man in wenigen Schritten auf dem Aktien- und Sicherheitenmarkt aktiv werden kann, scheint die Kryptosphäre das Go-To für private Anleger geworden zu sein. Auch ein Blick auf die Handelsvolumen des jeweiligen Marktes sollte das enorme Wachstum des Kryptomarkts sichtbar machen. Wo auf traditionellen Börsen mehrere Milliarden an Vermögenswerten jeden Tag bewegt werden, können die Top-Kryptowährungen des Markts ähnliche Werte vorweisen. Zum Zeitpunkt unserer Recherche wies Bitcoin ein 24-Stunden-Handelsvolumen von etwa 37 Milliarden US-Dollar auf, während es bei Ethereum an die 16,5 Milliarden waren. Während des letzten Allzeithochs von Bitcoin, welches aktuell weiterhin etwa 69.000 US-Dollar ausmacht, konnte der gesamte Kryptomarkt eine Marktkapitalisierung von fast 3 Billionen US-Dollar, also 3.000 Milliarden aufweisen. Das Bundesinlandsprodukt Deutschlands aus dem Jahr 2020 betrug zum Vergleich etwa 3,8 Billionen US-Dollar. An diesem Punkt, an dem sich die Industrie der Blockchain-Technologie bereits zu einem solch riesigen globalen Markt entwickelt hat, ist anzunehmen, dass auch vehemente Gegner von Kryptowährungen an diesem Punkt wenig dafür machen können, dezentrale Lösungen komplett verschwinden zu lassen. Ein letzter Punkt, welcher auch bereits heiß diskutiert wird, sind digitale Zentralbank-Gelder oder auch CBDC, also Central Bank Digital Currency genannt. Hierzu hat die Europäische Zentralbank bereits im Oktober 2021 damit begonnen, Forschungen anzustellen, wie genau sich ein solcher digitaler Euro in der Praxis gestalten könnte. In einer jüngsten Aussendung vom 17. März 2022 lud die EZB zu dem Experten dazu auf, sich im Rahmen einer offenen Online-Konferenz an einer Gesprächsrunde zu beteiligen, die darauf abzielt, möglichst viele Informationen und Perspektiven von Fachleuten zu diesem Thema zu erlangen. Während es sich soweit lediglich um die Einholung von Informationen handelt, ist die Europäische Union bei weitem nicht das erste Land, welches bereits aktiv an einer möglichen Digitalisierung einer Zentralbankwährung arbeitet. Wo in vielen Ländern der Welt CBDCs soweit nur theoretische Konstrukte, welche zur Diskussion stehen, sind, hat die Volksrepublik China bereits mit einem Pilotprogramm eines solchen Systems begonnen. Obwohl es sich beim digitalen Yuan soweit auch mehr um einen Probelauf als ein fertiges System handelt, stellt diese Entwicklung andere Länder sicherlich auch unter Zugzwang, welche sie stets mit China und dessen Wirtschaftsleistung messen wollen. Manche Stimmen munkeln hierbei, dass Europa schon 2023 mit seinem eigenen digitalen Währungsprojekt beginnen könnte, wobei dies im Angesicht der vielen bürokratischen Schritte eine eher optimistische Prognose ist. Wenn du bereits erste Erfahrungen mit Kryptowährungen hast und tiefer in das Thema einsteigen möchtest, ist das Spezialistenpaket das Richtige für dich. Mit dem Spezialistenpaket hast du vollen Zugang zu allen 25 Expertenkursen, inklusive dem in vier Wochen zum Krypto-Expertenkurs, zur internen Telegram-Gruppe, wo du dich mit Gleichgesinnten austauschen kannst, zu einem Live-Call pro Woche, wo alle Fragen beantwortet werden, sowie zu den Wochenreports, in denen die wichtigsten Ereignisse der Woche kompakt für dich zusammengefasst werden. Mit dem Spezialistenpaket genießt du Zugang zu allem, was die Akademie zu bieten hat. Dieser exklusive Zugang kostet normalerweise 899 Euro pro Jahr. Im Rahmen der Einführungsaktion aber des Vier-Wochen-Kurses haben wir uns entschieden, auch das Spezialistenpaket zu einem speziellen Preis anzubieten. Bis zum 21.03.2022 gilt der Sonderpreis von 699 Euro. Wir sind stolz darauf, bereits über 500 Menschen in der Akademie auf ihrem Weg zum Krypto-Experten begleiten zu dürfen. Bist du der Nächste? Den Link zur Aktion findest du unter diesem Video. Wir freuen uns auf dich. Abschließend ist also zu sagen, dass es sich bei den Schockmeldungen über ein de facto Bitcoin-Verbot innerhalb der Europäischen Union wieder einmal um eine Falschmeldung gehalten hat. Während ein solcher Textteil anfangs zwar vorgesehen war, wurde er letztendlich aus dem zu Diskussion stehenden Gesetzesentwurf gestrichen. Obwohl es nach wie vor vehemente Gegner von digitalen Anlagewerten gibt, ist die Größe des Kryptomarktes eigentlich mittlerweile ein Garant dafür, dass diese Branche sicherlich nicht einfach von heute auf morgen verschwinden wird. Als Kryptoanleger sollte man hierbei stets Ruhe bewahren und sich auf langfristige Handelsbewegungen konzentrieren. Wo kurzfristig orientierte Trades sicherlich auch ihre Berechtigung haben und enorme Profite einspielen können, sind langfristige Investitionen grundsätzlich die bei weitem sicherere Variante, die den Hauptteil eines jeden Portfolios ausmachen sollte. Wir recherchieren den ganzen Tag für euch, um die wichtigsten News, Trends und Analysen zu finden und euch auf dem neuesten Stand zu halten. Näheres findet ihr im Link zu unserer Akademie unter diesem Video. Wenn ihr in Kryptowährungen investieren möchtet, schaut unbedingt das ganze Video an, um alle Hintergrundinfos zu erfahren und gebt dem Video ein Like und abonniert den Kanal. Wir halten fest. In dieser Ausgabe von täglich Bitcoin und Krypto haben wir uns mit dem angeblichen Verbot von Bitcoin innerhalb der Europäischen Union beschäftigt. Hierbei ging es konkret um eine Abstimmung des Europäischen Parlaments über einen Gesetzesentwurf, welcher eine Konkretisierung nationaler Kryptogesetze verlangt. Ähnlich wie der Erlass von US-Präsident Joe Biden handelt es sich hierbei jedoch nicht um einen tatsächlichen Entschluss, sondern soweit nur um Handelsanweisungen, zukünftige Schritte einzuleiten. Im Angesicht der enormen Größe des Kryptomarkts ist es mittlerweile sehr unwahrscheinlich geworden, jemals ein Komplettverbot von Kryptowährungen erleben zu werden. Die jüngste Entscheidung könnte jedenfalls einen weiteren Schritt in Richtung eines digitalen Euros darstellen, welcher Gerüchte zufolge bereits 2023 in eine Testphase gehen könnte. Wenn euch das heutige Video gefallen hat, schreibt uns einen Kommentar.